Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 43.600 US-Dollar, auf den Punkt genau sogar. Es sieht momentan wirklich gut aus. Bevor wir aber starten, lasst auf jeden Fall dem Video ein Like da, kommentiert unten und pusht den Algo und abonniert auf jeden Fall den Kanal, um zukünftig nichts mehr zu verpassen. Ansonsten, wie gesagt, momentan 43.600 US-Dollar. Wir dachten ja eigentlich, gestern kommen noch irgendwelche News von der FED. Leider kam noch nichts, das wurde jetzt so, wie ich es vorhin zumindest in der Telegram-Gruppe gelesen habe, auf Mittwoch verschoben oder vielleicht heute im Laufe des Tages noch. Müssen wir auf jeden Fall noch vorsichtig sein. Also ich traue den ganzen Beraten wirklich noch nicht. Wir haben jetzt zwar nochmal einen Pump gesehen, unser Key-Level hier unten. Also dieser Bereich, diese ehemalige Range hat weiterhin gehalten. Wir haben einen Move nach oben gesehen auf dem 4-Stunden-Chart, aber voluminös war der jetzt auch nicht wirklich, also kein impulsiver Move. Wir befinden uns jetzt auch hier inmitten der 4-Stunden-Supply-Zone. Was auch noch wichtig ist, dafür nehmen wir mal ganz kurz das FIP-Level. Wir kommen dann auch hier noch in den Bereich bei ungefähr 44.200, 44.300 US-Dollar. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit ihr es besser seht, in das Golden Pocket. Also das heißt, um nachhaltig ein bisschen bullischer zu sein, müssten wir auf jeden Fall hier drüber kommen, vielleicht nochmal eine Bestätigung sehen und dann auch das alte hoch rausnehmen. Und dann haben wir gleich schon das nächste Problem, nämlich wir haben hier drüben noch eine 3, 4, 6 und 12 Stunden und ich glaube sogar eine Daily-Supply-Zone. Das heißt, eine Menge, Menge Widerstände hier drüber. Es besteht dann auch weiterhin die Möglichkeit, dass wir noch einen Doppeltop bilden. Also es ist noch nicht wirklich ganz bullisch übergeordnet, was wir jetzt auch schon, wo Elias schon vor einer Woche drauf gekommen ist, also aus der Telegram-Gruppe, dass wir ein mögliches Inverse-Head-and-Shoulders-Pattern bilden. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Das habe ich auch auf dem Schirm, beziehungsweise halte ich auch für valide, weil wir ja von unserem All-Time-High von unten kommen und ein Inverse-Head-and-Shoulders oder ein W-Pattern oder Double-Bottom-Pattern, wie man es auch so schön nennt, sind Trendwende-Pattern. Heißt, wir haben eine Trendumkehr, die sich dann einsetzen würde und dafür wäre dieses Pattern eigentlich perfekt. Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, okay, wir gehen nochmal in den Bereich von 32, 33 K, um dann einen doppelten Boden zu bilden. Es ist noch nicht wirklich raus. Wir müssen wirklich aufpassen, was macht die FED, erhöht sie jetzt von jetzt auf gleich die Zinsenextreme. Dann dieser ganze Ukraine-Konflikt dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, wobei ich da jetzt momentan eher so auf der Seite bin. Es wird alles zu hoch gepusht, vor allem medial, in den ganzen Medien etc. wird es sehr, sehr hoch gepusht, obwohl nicht wirklich viel passiert oder wir nicht wissen, ob wirklich was passiert. Für mich ist es erstmal entscheidender, was passiert mit der FED? Kommen wir zu Zinserhöhungen oder nicht? Wie reagieren die Märkte? Sehen wir möglicherweise dann erstmal ein Fake-Out, also einen krassen Abverkauf hier unten. Was heißt krass? Also einen Abverkauf in Richtung die 38.000er-Region hier runter und werden dann so wie beim letzten Mal nach der FED-Sitzung erst Dump und dann der Pump nach oben. Also das sind so die Möglichkeiten, die ich momentan im Blick habe. Für mich jetzt erstmal wichtig, okay, kommen wir über die Supply, kommen wir über das Golden Pocket rüber. Das wird entscheidend hier in dieser Zone heute im Laufe des Tages. Ansonsten die Support-Zone kennt ihr hier, der Bereich zwischen 38.5 bis 39.1, Monats-Pivot, 200 SMA. Also das sind alles so Sachen, die ihr einfach im Blick haben solltet. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum auch hier hält momentan das 0,382. Die Möglichkeit hier unten, dass wir ins Golden Pocket gehen, besteht weiterhin. Also ich lasse sie jetzt auch mal noch drin, ich schiebe sie nur ein bisschen weiter rüber, weil die Möglichkeit weiterhin besteht. Wir sind über den Monats-Pivot, wir haben den 200 SMA hier mehrmals als Support angetestet. Ihr kennt es normalerweise, 200 SMA kommen wir jetzt auch gleich nochmal bei irgendeinem anderen Coin dazu. Eigentlich Top-Long-Einstiege, vor allem auf dem 4-Stunden-Chart bei den Altcoins. Hier wird es dann interessant, wir haben ja hier noch unseren ehemaligen Up-Trend, ob wir hier dann rejected werden. Wir können uns auch mal hier ganz kurz das FIP-Level ziehen, wo wir hier die nächsten Widerstände dann sehen. Und da sind wir auch perfekt. Up-Trend, Golden Pocket hier oben, also da kommt eine Menge, Menge Widerstand zusammen. Könnte natürlich dann im Endeffekt auch nur ein Retest seines ehemaligen Up-Trends und dann das Roll-Over. Also behaltet es auf jeden Fall mal einen Blick, zeichnet euch das ein, ist bestimmt nicht verkehrt. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano, wenig Bewegung, Key-Level weiterhin hier unten die 1 Dollar. Gibt es wenig dazu zu sagen. Was wir uns auch angucken können, Luna, und zwar da haben wir im, ich weiß nicht, war es im Livestream oder was in irgendeinem Video, haben wir darüber gesprochen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Golden Pocket haben wir perfekt auf einen Dollar hier unten getroffen. Und keiner von euch hat mir gesagt, hey Manu, deine TA ist aufgegangen, beziehungsweise hey, warum bist du nicht hier unten reingegangen? Ja, ich könnte mir einen Arsch beißen, weil im Endeffekt waren es jetzt locker 10%. Ein paar Leute haben es mitgenommen in der Telegram-Gruppe, habe ich es mitbekommen. Ich nicht, weil ich ehrlich gesagt Luna nicht im Blick hatte. Also wir haben das Fibonacci-Retracement-Level vom Low hier unten bis zum High gezogen. Ja, war eigentlich perfekter Entry. Hier unten, man sieht es, Golden Pocket angetestet und von hier aus dann die Reisen nach oben hin fortgesetzt. Was mir hier fehlt, ist das Volumen. Aber egal, spätestens jetzt soll der Stop-Loss auf jeden Fall in den Gewinn sein. Und dann schauen wir mal, wie hier die Reise fortgeführt wird. Gut, schauen wir uns noch Mana an. Mana war nämlich auch so ein Coin, den ich gestern in der Telegram-Gruppe gepostet habe. 200er SMA, perfekter Bounce auf einen 4-Stunden-Chart. Was will man mehr? Perfekter auf einen Dollar genau Bounce. Volumen fehlt hier natürlich auch noch. Wir könnten hier auf den kleineren Timeframes zumindest ein kleines Head & Inverse Head & Shoulders bilden. Ist mir aber ehrlich gesagt auch noch ein bisschen zu früh, beziehungsweise richtigen Downtrend hatten wir jetzt hier auch nicht. Deswegen wäre ich auf so kleineren Zeitanheiten vor allem vorsichtig, Volumen deutlich abnehmend. Also hier ist noch kein richtiges Breakout-Volumen. Wichtig war hier der 200er SMA-Bounce. Sollten wir hier nochmal runterkommen, wird es dann interessant, ob wir hier diesen Monats-Pivot auf jeden Fall noch halten können. Da sollte man auf jeden Fall, sollte man hier nochmal den 200er SMA traden wollen. diese 4% Risk-Management beim 200er SMA unter den Monats-Pivot legen. Hier befindet sich nämlich auch noch eine 4-Stunden-Demand-Zone. Also ihr seht es hier drüben, beziehungsweise 2. Also darunter dann spätestens den Stop-Loss, dann setzend, weil es dann wirklich risky ist, nochmal ein Retest, ob die Zone dann hält, ist vor allem beim 200er SMA immer ein bisschen fraglich. Gut, schauen wir uns Juni an. Juni Swap auch weiterhin hier unten im Bereich des Key-Levels, wenig Bewegung. Polkadot, weiterhin wenig Bewegung im Bereich unserer ehemaligen Range, also auch mehr Seitwärtsphasen, nachdem wir hier am 200er SMA, 200er EMA rejected worden sind, plus die 4-Stunden-Emer-Ribbons weiterhin Widerstand. IOTA, leider auch wenig Bewegung, Abtrenn durchbrochen, kein Retest gesehen und momentan geht es dann so stufenweise abwärts. Auch hier kein Volumen drin, obwohl wir gestern ja oder vorgestern die News hatten, mit Google investiert, eine Milliarde US-Dollar, google.org, ja, irgendwie sowas war es auf jeden Fall, ich habe es uns immer im Kopf. In IOTA müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Schauen wir uns ICP an, weil das ja auch öfters mal gefragt ist. Auch hier hatten wir einen Bounce am 0,786er, also Golden Pocket durchbrochen. Retest des Golden Pockets, failed, dafür aber nochmal Retest des 0,786ers und dann mit Schwung hier nochmal übers Golden Pocket rübergekommen, also Volumen ist ein bisschen angestiegen. Da wird es jetzt halt interessant, ob wir hier nachhaltig wirklich drüber kommen, um dann dieses letzte Hoch hier vielleicht erstmal rauszunehmen bei 22,05, um dann die Reisen nach oben hin fortzusetzen. Gut, V-Chain, wenig Veränderung, brauchen wir gar nicht näher so drauf eingehen. Chainlink, auch wenig Veränderung. Hier unten hält unsere 4 Stunden Demandzone weiterhin als Key Level. Also man kann es auch bis hier rüberziehen, immer wieder hier diese Zone angetestet, angetestet, aber auch hier fehlt weiterhin Volumen, dass wir hier wirklich mal einen impulsiven Move vor allem, also das fehlt mir so momentan generell im Markt, diese impulsiven Moves nach oben, um mal wirklich hier ein richtiges Breakout zu sehen. Aber gut, was noch nicht ist, kann ja noch kommen. Phantom, Phantom, ich kann es aber noch nicht aussprechen, keine Ahnung, hatten wir hier eine Bullish Divergence, ihr seht es hier, tieferes Tief im Chart, höheres Hoch im RSI auf dem 4 Stunden Chart, die hat mittlerweile ausgespielt, aber auch hier kein Volumen im Markt. Also ich bin weiterhin skeptisch, ich glaube, da wird die Unsicherheit in den Märkten, spürt man einfach hin, vor allem bei den Altcoins, überhaupt kein Volumen, keine Impulsivität, immer so kleinere Moves nach oben, so eine 4 Stunden Bullish Divergence, würde ich mir einfach wünschen, dass die impulsiv ausbricht, also hier mal Volumen reinkommt, einfach so nach oben zu steigen, aber auch das kommt hier einfach nicht. Deswegen Unsicherheit im Markt, abwarten, was vielleicht heute oder morgen noch von Afet kommt, dann Russland, Ukraine, Konflikt, vielleicht regelt es ja Sparbuch Olaf ein bisschen, schauen wir mal, ob er mit seinem Sparbuch überzeugen kann, dass kein Krieg stattfindet, ja, ne, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten gibt es wenig zu sagen momentan, Schatz, schauen wir uns auch kurz die News an, der digitale Euro kommt, yay, endlich, wir haben es uns alle gewünscht, der digitale Euro, es wurde aber auch Zeit, oder wer hat sich das nicht gewünscht, der digitale Euro, es wird unser Leben verändern, man kann Geld drucken, mit einem Klick, also, einfacher geht es sogar nicht, man muss keine Gelddruckmaschinen mehr anschmeißen, es werden Bäume geschont, also es ist doch die beste Erfindung, ja, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten, Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe reinposten, wir hören uns dann auf jeden Fall morgen früh wieder, ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag, kommt in die Telegram-Gruppe, liked das Video, abonniert den Kanal, lasst auf jeden Fall einen Kommentar für den Algo da, würde ich mich darüber freuen, ansonsten, wir hören uns morgen wieder, und wie immer, stay crypto.